Punkt 17. Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben erfüllen. Schöne Worte, doch sie führen in totale Kontrolle und Anordnung von außen, denn Die Struktur hinter den Vereinigten Nationen ist die führende Instanz und hat alle Entscheidungs- und Ausführungskompetenzen inne. Die Nationalstaaten verschwinden, nachdem die unterwanderten Regierungen als Blitzableiter für das Volk und als Wegbereiter fungiert und dann ausgedient haben. Alle nationalen Gesetze und Gerichtsbarkeiten werden überflüssig, da es diese nur noch von der einen zentralen Struktur in Form von künstlicher Intelligenz geben wird. Der Plan der Eliten ist durchschaut. Sie wollen uns in eine dystopische Zukunft führen, in der wir aller Freiheit entbehren werden. Nationale Strukturen, die eigentlich unserem Schutz dienen sollten, lehnen sich nicht gegen diese Agenda auf und stellen sich somit gegen die Völker. Dies ist auch kein Wunder, ist doch heute schon jede Regierung unterwandert und in maximaler Abhängigkeit von den globalistischen Strukturen, die auch das Geldsystem kontrollieren. Sie wollen, dass die Menschen die eigenen Freiheiten restlos aufgeben und durch Akzeptanz der neuen Weltordnung die eigene Zukunft zur Vernichtung freigeben. Es ist an uns, als gesamte Menschheit dieser Agenda etwas entgegenzusetzen. Und zwar, bevor es zu spät ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020